Beziehungsweise, ja, Fackeln, 18 Fackeln haben wir hier noch. Egal, sind ein bisschen getroffen. Hier erschien zum Beispiel hier an den Eckchen. Zack. Zack. Und blub. Und blub. Na, ist nicht parallel jetzt, aber ist ja egal. Ja, noch hier eins in die Mitte. Huch. Hier doch nicht. Da drauf. So. Und an der anderen Seite genauso. Na, okay, das ist Gatter. Dann machen wir eben mal hier ein. Das haben wir halt. Muss unbedingt die Mausempfindlichkeit einstellen. Aber viel zu niedrig. Ja, sieht doch ganz nett aus. Vielleicht hier noch an der Seite ein. So, circa hier rein hin. Wunderbar. Ein Feld. Apropos. Gibt mal das Essen. Okay. Ist mit der Sonne aus. Ja, die neigt sich auch langsam am Ende zu. Schön. Ein paar Morava-Fenster. Hier geht die Sonne auf. Da geht sie unter. Hier geht sie unter. So, wir haben aber noch. Wie gesagt. Wir haben recht viel Kies. Das heißt, ich würde mir hier ein kleines Weglein bauen. Das sieht es ungefähr. Das einfach schöner aussieht. Natürlich, ganz in der Mitte fällt mir gerade auf. Das müssen wir ändern. Ich nehme kurz die Steinachs dazu. Ist jetzt auch egal. Die hier brauchen wir im Moment nicht. Axt brauche ich. Einmal hier. Die Dinge hier weg. Und Türchen. Türchen. Das ist halt hier. Das müssen wir eben kurz umändern. Weil es eigentlich relativ egal ist. Jetzt holen wir noch Holz. Ja, egal. Scheiß drauf. Lassen wir die Holze einfach hier. Zack, zack. Stimmen wir hier nochmal die zwei Holze hin. Und tauen wir hier noch die Tür rein. Gott, bin ich dumm. Ich bin sowas von dumm. Ich habe es genau gleich gemacht, wie gerade eben auch. Schon war. Oh mein Gott. So, dann haben wir eben hier die Hölzer rein. Und hier die Tür. Schon besser. Ein Dach könnte das Haus auch gut vertragen. Aber davor gehen wir noch mal ein bisschen schlafen. So, und wir sind wieder da. So, Wegchen wollten wir bauen. Genau. Wir machen wir das am besten. Auf jeden Fall brauchen wir einen Weg, wo runter zur Höhle geht. Warum würde ich sagen? Wie machen wir das am besten? Gerade mal überlegen. Ich würde einfach sagen, wir fangen von der Höhle aus unten an. Ja. Ich weiß nur, machen wir es von der Seite. Wobei, von der Seite geschickter wäre. Wobei, teilweise gehen wir auch nicht mehr so groß in die Höhle rein, denke ich. Sag mal. Das lohnt sich jetzt hier einen Weg rein zu machen, der dann da runter läuft. Ja, komm, ich würde sagen, wir machen einfach hier den Weg dann hin. Dann machen wir es aber von der Höhle aus. Und da am besten einschätzen kann. Was ist denn hier? Okay. War ich das? Weiß ich gar nicht mehr. Schäufelchen. Ein kleines Wegchen einfach mal so aus Prinzip. Und jetzt zwei oder ein werden. Ich glaube, der lenkt nur ein. Der von hier hin. Mal hoch. Jetzt setzen wir auf Kies ein. Zack, 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 zack. Ich würde sagen, wir machen es einfach so. Das ist ja alles weg. Weiß ja, ich relativ wenig Sinn macht, wenn es alles hier ist. Okay, ich habe mich umentschieden. Oh ja, das habe ich. Nein, Gott, ich muss das überlegen. Doch. Haben wir hier einen Kiesbüttel hin. Und da, 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 da. Und da. Dann haben wir die noch weg. Hier rein hin. Dann den hier. Den, zack. Ja, ich weiß, Treppen werden hier zwar etwas besser, aber mein Gott, das ist jetzt einfach nur, um die Höhle drauf zu laufen. Das ist einfach. Ja. Bis da. Bis da Bescheid. Zack, 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 zack. Die Erde auch weg. Erde kann man immer brauchen. So, passt. Aber jetzt war alles hier weg. Geh jetzt eh schon auf. Ich werde da auch wahrscheinlich noch Treppen machen, also Steintreppen, die dann halt so runtergehen. Mal schauen. So. Ich würde hier ganz gerne einen kleinen Springbrunnen bauen. Habe ich mir auch schon überlegt. Das ist immer so ein kleinen Springbrunnen. Jetzt halt einfach so halt. Von der Haustür, warum auch nicht? Dann eh bald viel mehr Häuser bauen. Aber jetzt einfach für damals. So ist es noch ein Block oben. Da überlege ich gerade, wie es am besten geht, wenn es hier rauskommt. Was sieht hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt hier, muss ich gerade überlegen, was ich am besten mache. Dann komme ich hier. Na. Hm. Bin gerade noch am überlegen, wie ich das gemacht habe. Ich habe das schon mal gemacht, auf der Xbox 360 Version. Hier frage ich jetzt bloß gerade, wie. Aber es müsste theoretisch passen. Ich frage ich jetzt bloß, wie groß ich den Springbrunnen machen werde. Das ist jetzt mit Wasser aufgefüllt, ja. Und das ist zu viel. Ne, ich würde sagen, das passt. Dann haben wir hier nämlich Stein rein. Ist nicht doch ein bisschen zu groß? Ich muss vielleicht lieber eins weiter hinten machen, oder ich mag es mal eins weiter hinten. Vielleicht doch etwas, damit wir hier wenigstens noch ein bisschen Platz haben. Hier ist dann der Vier. So. Natürlich habe ich es falsch gemacht. Hier sind wir es denn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir brauchen ein fünf mal fünf Feld. Kein sechs mal sechs Feld. Das heißt, ich habe hier und habe dann da ein zu viel auf der Seite. Ich mache das mal so. Beziehungsweise da kommt dann jetzt eben hier fünf. jetzt bin ich gerade im überlegen, ob das die Größe hier passt, weil ich jetzt hier Stein rein mache. Ich glaube, die noch in drei mal drei fällt. Ja, doch. Ich will ja ein klein machen, dann reicht das schon. Müsste ja reichen. So. Sagen wir mal. Kobolds. Kohle. Wie Stein brauchen wir? Fünf, zehn. Sechzehn. Sechzehn Stein brauchen wir. Sechzehn Buchstab. Sechzehn. 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 Kohle. Noch mal ein paar rein. So. So lange... So lange gehe ich einfach mal noch was zu holen. Ich habe zwei Ideen, was ich hier machen könnte, Jetzt ist die Frage, ob ich den Brunnen mache, ob ich das als andere Springbrunnen mache oder ob ich den normalen Brunnen mache. Wobei ich denke, den Brunnen, den mache ich später, wenn ich, ich würde mir so eine kleine Städtchen bauen, einfach ein paar Häuser. Und dann werde ich den Brunnen so an den Marktplatz nehmen, das sieht vielleicht etwas schöner aus. Also hier oben der Springbrunnen ist und so, ja, das müssen wir es einfach mal so. Da geht die Strömung weg, das will ich nicht, soll das schön aussehen. Geht's doch gar nicht mehr hin. Nein, ich will nicht ins Wasser. Na, ich meine, da kümmere ich mich jetzt später drum. Jetzt gehen wir das mal hier, überlegen, wie ich das am besten mache. Und hier außenrum Stein machen. Dann haben wir hier ein 3x3 Feld. Ich würde erstmal das Stein hin tun. Das sind natürlich für die Freie Steine oder Steinslabs. Ich denke, die Steine oder Steinslabs. Ich denke, die Steine oder Steinsletics haben. Ich denke, die Steinslabs hat